Musik Nachts meist dicht bewölkt und einige teils gewittrige Regenschauer bei Tiefstwerten knapp über dem Gefrierpunkt. Der Wind bleibt stürmisch. Am Donnerstag vielfach stark bewölkt und gebietsweise Regenschauer. Die Höchstwerte können bei heftigem Wind wieder 8 Grad erreichen. Am Freitag neben Wolken hin und wieder etwas Sonne und kaum noch Regen bis zu 10 Grad kann es am Freitag noch einmal hier bei uns in der Mitte der Lausitz warm werden. Am Samstag viele Wolken, aber nur wenig Regen, dabei allmählicher Temperaturrückgang auf Normalwerte. Die Höchstwerte